20.000 Abonnenten, es ist geschafft und wir sind zwar schon wieder 500 Abonnenten weiter, das ist toll, aber ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für euer Vertrauen, für den Zuspruch, für die ganz tollen Postings immer unter den Videos, für das tolle Feedback, es freut mich sehr. Ich habe auch wieder ein paar Pakete erreicht hier vor Weihnachten, das war auch ganz toll, danke auch dafür und ja, wie es so ist auf YouTube, bedankt man sich natürlich bei so einer runden Zahl, auch ich möchte das tun und ihr habt ja vielleicht gesehen, ihr habt dieses Starterpaket zusammengestellt, das möchte ich gerne verschenken, möchte da nichts von haben oder so. Das heißt, einer von euch kann dieses Starterpaket gewinnen und zwar möchte ich von euch das beste Argument, warum ich eigentlich schon jetzt 30.000 Abonnenten haben sollte und das coolste und lustigste Argument gewinnt dann entsprechend dieses Starterpaket, bestehend aus Detektor, Schaufel und dem kleinen Einstiegspinpointer. Außerdem plane ich auch wieder ein neues Q&A zu den 20.000 als kleines Dankeschön, das heißt, ihr könnt auch Fragen stellen, die wir dann demnächst oder die ich dann demnächst in einem Video beantworten werde, also tobt euch aus hier unter dem Video, einmal, warum sollte ich schon längst 30.000 Abonnenten haben und welche Frage wolltet ihr mir schon immer mal stellen, die werde ich demnächst beantworten in einem Q&A, lade euch herzlich ein, danke für euer Vertrauen, bis zum nächsten Video, neue Folge ist übrigens in Arbeit, Trailer kommt gleich.